Ich bin wieder hier So und dann machen wir uns auf den Weg Und schauen mal, dass wir Eyebreak jetzt ausschalten Langsamer Moment, ich bin hier falsch Ja Ich hätte gerne das Motorrad Dankeschön Jo Und habt ihr auch schon mal mit dem Motorrad einen Mast umgefahren Und seid nicht vom Motorrad gefallen dabei Das mache ich täglich Wirklich, wenn ich hier spiele, mache ich das täglich Ui, 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 ui Na dann Ein Bug Fernsteuern Da kann man wirklich rein Bad Bug muss das packen Ich setze eine ganze Menge auf Spiel Der weiß, ob er dem Job gewachsen ist Der ist der leichteste Weg rein Ich hoffe, das bringt ihn nicht auf Ja, mein Audiolog Ich bin ein Bug ja die sinne dieses audiolog zeugs habe ich immer noch nicht verstanden es soll wohl ein bisschen zur geschichte beitragen aber ja wenn ich ehrlich bin höre ich da jetzt nicht weiter als sinnloses tonmaterial irgendwie naja hätte man sich besser überlegen können mit den audiologs gibt es vielleicht schönere dinge weil das man die sammeln muss und dann wirklich den sinn wasser das missionsgebiet habe ja gar nicht vor hallo ich will das ja gar nicht verlassen hallo was für eine mission ich werde jetzt irgendjemanden gleich umbringen alter ich wollte doch gerade zu diesem punkt hinfahren ich bin doch außen rum gefahren ja gut ich laufe jetzt damit ich keinen fehler mache erreichen wie es was ist der herr ich raffe nicht was zu schlimm daran ist dass ich gerade außenrum einfach gefahren bin also ganz ehrlich mal ganz auch haben in dem spiel ja du darfst auch drüber steigen ich weiß überzeugen schaffst du es aber auf die karantänerfeuer zu steigen das ist die einfach zu schwer es geht gerade dazu ein diese zäune so 100 meter noch ich würde mich liebend gern mehr im zivilisierten teil der stadt und aufhalten da weiß ich wenigstens dass ich nicht von der straße abkommen darf aber bei bedbugsignal bleiben bricht die verbindungs abgeräte vielleicht in panik es ist los und das darf nicht passieren das war das falsche einen ich zähle ein paar mehr tote ich kann nicht nur durch die bühne was ist alles aber wir sind alles der die 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 Sorry, keine Zeugen. So. Los. Mein Finger liegt auf der Play-Taste. Für den Fall, dass du mich verarschst. Wenn die mich schnappen. Er traut dir. Das hast du gesagt. Was ist auf Irak's Etage? Moment. Ich will mal ganz kurz die Optionen lauter stellen. Ähm. Audio und Sprache. Musiklaufzeile. Effekt. Sprachlautstärke. Machen wir auf 80 Prozent. Übernehmen. Da wurde ich drauf hingewiesen. So. Ich hoffe, es wird es besser. Ich weiß es nicht, mein Zimmer. Es gibt ein Zimmer, in das Irak niemanden reinlässt. Heute gehst du dabei. Keine Schwung. Geht nicht. Hör mal. Das ist so eine Art Sicherheitstür. Kein Problem. Bring dein Handy in die Nähe. Du gehst in das Zimmer. Ich bin kein Spitzel. Ich rede nicht mit Bull. Gut. Ich bin kein Bull. Ich hab so Schiss, Mann. Hör einfach gut zu und beweg dich, wenn ich es sage. Okay. Ich passe auf dich auf. Okay. Okay. Muss ich ihm jetzt, äh... Achso, alles klar. Bewegung. Ja. Ich will das nicht tun. Bewegung. Alles klar. Das ist es nicht wert. Okay. Jetzt. Ich geh schon. Los, los. Ah, fuck. Okay, das wird ein bisschen dauern. Ja, muss ich erst mal kurz dahinter kommen, wie ich das machen soll. Ich glaube, ich lass ihn erst mal dahinter stehen und guck mir mal die ganzen Gänge an. Das ist, glaube ich, ne bessere Idee. Okay. Ich hab so Schiss, Mann. Hör einfach gut zu und beweg dich, wenn ich es sage. Ich passe auf dich auf. Okay, okay. Okay, hier soll er hin. Oh, komm. Bewegen. Geschwindigkeit, Geschwindigkeit. Vorwärts. Okay. Okay, los. Nein, schon wieder. Der Typ ist einfach zu schnell wieder da. Kann ich Ihnen auch sagen, dass ich ihn ausschalten soll? Ich hab so Schiss, Mann. Oder warte mal. Wir haben ja noch eine... Ich will nicht es sagen. Ich passe auf dich auf. Okay, okay. Los, los. Kopf runter. Los, schnell. Fuck. Go, 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 komm. Nice. Oh, fuck. Oh, fuck. Wie alt bist du? 19. Ich bin 19, Mann. Scheiße. Du bist ja ein Kind. Bremen sagt, dass ich immer groß für mein Alter war. Okay. Sollte nicht hier sein. Ja, wenn du 19 bist, dann solltest du echt nicht hier sein. Das ist irre. Okay, warte. Ich will das nicht tun. Ich will das nicht tun. Wir lassen ihn erstmal hier hingehen. Okay. Los. Das ist es nicht wert. Och, keine Angst. Mit mir an der Seite wird das was. Ganz bestimmt. Am zehnten Mal schaffe ich es immer. Ähm. Los, schnell. Ja, ja. Fuck, Mann. Fuck. Okay, alles klar. Das ist es nicht wert. So war das eigentlich nicht geplant. Warum repariert das keiner? Okay. Ich will das nicht tun. Ich will das nicht tun. Bewegung. Ich geh schon. Okay, jetzt. Los. Warum hängst du mit diesen Arschlöchern rum? Das ist meine Familie. Naja. Das dachte ich. Die sind ja so beschissener sind sie. Hast du Familie? Ja. Kinder? Nein. Du? Wahrscheinlich. Scheiße, Mann. Bring mich nicht zum Lachen. Ja. Könnte schlecht enden. Oh mein Gott. Das ist irre. Los, los. Kopf runter. Okay. Los. Ja. Fuck, Mann. Fuck. Schon gut. Alles wird cool. Läuft da eigentlich ganz cool. Okay. In der Tat, ja. In der Tat. Macht er die wieder hoch? Für mich ist das so gut. Ich finde ich meine Zeit nicht. Ja. Was dann? Wie ist das da passiert? Fuck, Mann. Fuck. Komm ich hier mit einer Kamera irgendwie wieder raus, wenn ich das mache? Was ist, ja, Mann. Hey, wo bin ich jetzt da? Jetzt bin ich schon wieder hier. Hä? Ich bin wieder raus. Achso. Alles klar, ich muss ja gar nicht wieder raus, der muss ja durch. Nice, nice, nice. Komm her, Baby. Der Computer ist da. Also, warum machst du das, Mann? Das ist nicht deine Welt. Das ist kompliziert. Wir haben viel Zeit. Irag war an etwas beteiligt, das meine Familie angeht. Ich will antworten. Ist gar nicht kompliziert. Entriegeln Sie den Serverraum für Bedbug. Alles klar. Wenn ich das aktiviere, geht's... Wo geht's denn los? Hier geht's los? Ne, da muss ich hin. So. So, und hier muss aber auch noch was hin. Ach ne, Quatsch. Ist ja okay so. Bam. So, jetzt geht's hier oben rum. Da lang. Da lang. Da lang. Da lang. Da lang. Da lang. Rein. 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 Und. Komm schon. Ich kann hier nicht bleiben. Augenblick mal. Das war so nicht vorgesehen. Ich sag's dir, Mann. Ich sag dir doch keiner aus Iraq. Oh. Okay. Wo muss ich lang? Wo ist das Schloss mit dem Roten? Es gibt kein Schloss mit dem Roten. Aha. Ja. Das ist sehr interessant. Ich muss da oben drüben... Hä? Wo muss ich denn hier jetzt anfangen? Was hab ich da eins? Da komm ich aber auch nicht rein. Hä? Was soll das denn werden? Ach. Ich muss wahrscheinlich... Erstmal über die einzelnen... Verarsch mich nicht. Hä? Was ist das denn für ein Mist? Was soll ich denn hier... Hä? Ich bin... Ach. Okay. So. So. Und da hab ich das erste gelöst. Super. So. Jetzt kann ich von hier aus die anderen lösen. Oder? Muss ich jetzt erst außen rum? Und ich sag's die Dinger fertig kriegen. Das ist ja... sehr... toll. Ich muss einerseits von hier Strom reinbekommen. Andererseits muss ich aber auch von hier oben Strom reinbekommen. Warte mal. Wenn ich über eine Seite den Strom hier rüber um... Alles klar. Jetzt muss ich das andere... Jetzt muss ich das genau so machen. Nochmal. Na komm. Eins. Zwei. Drei. rein. Und jetzt nochmal nach oben lenken den ganzen Mist. Hallo. Das muss schon so sein. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Untertitelung des ZDF, 2020